hallo liberalen freaks das wetter ist ein großer mist das leben ist so wie es ist ich kann seit tagen nicht mehr mähen ihr werdet es nicht mal verstehen im spindelmäher geht es vielleicht aber damit hat es dann nicht gereicht das hohe gras das muss jetzt ran doch ich komme nicht an die maschine ran weil wasser ist ganz furchtbar schlecht sagt mir habe ich wirklich recht dass ich bei regen nicht mehr meh und ich keine videos mehr drehen 30 liter ist der hammer in zwei tagen voll die regen kammer stecken wir den spieß wieder rein mann ist die grasnabel fest und fein ja was gibt es noch zu sagen an diesen bösen regentagen natürlich ist der regen gut die natur die fast jetzt neuen mut und freut sich auf das feuchte nass macht das wachsen wieder spaß ich gönne es ihm pflanzen das ist klar für rasen ist regen wunderbar eines muss ich euch noch sagen riesen die saßen in den letzten tagen in der eiche saß das ungeheuer die entsorgung die war richtig teuer die spinner raupen mussten weg sie haben hier bei uns kein zweck vor einer woche sahen wir die nester dieser ungetier was war das ersetzen furchtbar groß wie wurden wir die dinger wieder los naja der baumann musste her mit seinem sauger bitte sehr er kam hier gestern angefahren und schloss den sauger einfach an und einen notstrom aggregat mit voll schutz hat er dann gewagt die kleinen viecher weg zu saugen man kann es wirklich noch gar nicht glauben wie sind die viecher wieder los das ist doch wirklich total vermoß ich habe hier auf dem kurzen gras und das ist wirklich auch ganz nass das ist ja wohl auch ein ding darauf ein kleines lied ich sehe nein keine angst das tue ich nicht es reicht schon dieses komische gedicht die füße sind jetzt pitche nass mit latschen durch das nasse gras wie kann man denn nur sowas tun man zieh doch an vernünftige schuhen ich glaube ich höre es auf zu reiben das wird ihr doch ganz laut weinen es gibt kein video es regnet seit zwei tagen und unterbrochen und außerdem hatten wir ein schönes video gedreht und der ton wurde nicht aufgenommen riesen desaster heute beim rasen freak aber die rasenfläche ist schön grün morgen früh will ich noch schnell mal mähen den rest werden wir dann sehen so jetzt ist jetzt schluss mit dem kleinen video bleibt genügt und froh wir sehen uns nächste woche sowieso